und damit herzlich willkommen zu einer neuen runde let's play minecraft und die hunde überall sind die hunde ach und mit epischer musik von gimme official official keine ahnung es ist geil also einfach nur epische musik ist einfach so ja keine ahnung was wir eigentlich so letztes mal so getrieben haben auf jeden fall habe ich jetzt das texture pack geupdatet mal weil ich so ein schlauer vogel jetzt ein bisschen leise machen so die dinger die muss ich glaube mal kurz weg machen und mann da juckt ich weiß gar nicht wo wir letztes mal aufgehört haben aber ich werde dieses mal das lager ausmachen es muss einfach sein es muss einfach sein es muss einfach her so wie ich mich die ganze zeit immer bemühe ja komm jetzt mach ich das lager aus dann wieder doch nicht und dann dann haben wir es weg kommen ich habe zwar noch keine vorstellung davon wie ich das mache hätte ich eigentlich machen können aber wozu ihr wollt auch sehen wie ich spontan kreativ bin oder so ein ganz ganz grobes bild habe ich da schon im kopf aber das ist wirklich noch mega 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 mäßig grob da komm jetzt nein dort ich lasse dich zurück so die fallen jetzt auch wieder runter weil sonst werde ich aggro ich sehe da oben auch nichts mehr müssten eigentlich naja mal schauen ansonsten müssen wir nochmal hochkraxeln aber wir haben ja Zeit so also ich muss auf jeden fall keys holen diese aufnahme und ich muss mal schauen so das lagerhaus zu wohin damit denn du kommst weg weil du bist unvollständig das heißt du bist anders du bist individuell und deswegen musst du sterben so haben wir noch glaube ich irgendwo habe ich noch festgelegt wo wir das hin machen wollen hat sich da schon platz gemacht oder ich glaube nicht und ich glaube schon aber ich weiß nicht wo das sein soll so glaube ich mal wieder nicht ich glaube viel zu viel keine ahnung es ist freitagnachmittag ey mir war gerade langweilig deswegen die aufnahme ist relativ spontan hm warum machen wir das lagerhaus ich würde das gleich hier machen so so oder was sagt die auch ich würde sagen dass wir uns erstmal schön auf die Fresse legen und dann machen wir von da so eine ja aber geilen Baum einen Stock den ich nicht mitnehmen kann pfff ach scheiß auf den Stock ey wer braucht schon einen Stock ich bin nur eigentlich immer so eine Gessource und äh Sammler hier der immer alles mitnehmen muss aber scheiß auf Stöcke ey ganz im Ernst ähm das würde ich jetzt so einen Weg machen so also da geht halt der Weg zum Bauen aus und dann hier so weiter und dann da hoch so und dann da und dann haben wir hier wie so eine Promenade so lange halt so einen kleinen ja so einen kleinen Weg wo wir hier also alle Gebäude dran heften können würde ich halt dann hier so lange machen so und das würde heißen also da müsste dann mindestens so Abstand dass sie mir vielleicht noch einen Laternen kommen und hier dann der Weg und das würde heißen dass das Haus dann ungefähr hierhin kommt so ne so jetzt muss ich mal schauen woraus ich das Haus denn baue das sollte auf jeden Fall Stein sein ich weiß nicht ob ich das aus dem Stein da machen soll hm hm oder aus Koppel ich weiß aber nicht so ein Koppelhaus ich meine das Lagerhaus weiß nicht warte mal ich hab ne Idee aber dafür werden wir sehr viel Holz brauchen dann mache ich das nämlich mit ein paar Baumstämmen schauf schauf schf schf ah da liegt doch schön was auf den Feldern es war keine Kartoffeln die wir brauchen aber baue dumm ist das eigentlich glaub ich gar nicht aber ne Apfel war da Und natürlich läuft meine Stoppuhr auch wieder nicht, hammergeil. Fällt mir nur nebenbei wieder mal so auf, saugegeil, wir brauchen gar keine Stoppuhr. Warte, 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 die Musik ist ein bisschen lauter, weil die so schön ist. Ich kann ja, ich meine, den Minecraft-Song müsst ihr ja nicht unbedingt hören, oder? Ich meine, wie hier, oh, hier so Sachen abschlagen, die sind ja nicht mehr relativ, die Musik ist schön, die muss da sein. So, wo setzen wir denn hier an? Wir sollten dann möglichst auf die Tür zugehen, wenn wir von da kommen. Das heißt, ich mache den Weg wahrscheinlich so. Was lässt ich machen? Ach, nein! Ich mache nur eine Tür, aber... Ach, was meine ich denn? Was sind das eigentlich? Das ist doch auch von hier... Ja, genau, Gimme Official, wenn der so heißt. Muss ich eigentlich mal nachschauen. Na ja, alle linken Video-Infos, ja, das ist das ja alle. Soll ich die so machen, oder soll ich die so? Dann ist mir der Fan von dem hier. Weiß nicht warum. Okay, wie machen wir das jetzt? Jetzt muss ich mich hier ein bisschen konzentrieren. Soll ich die so machen, das ist ja kein Mensch, oder? Na doch. Oh, ja. Bullshit. Oh, es ist Nacht. Ich liebe Minecraft mit Better Skies. Ich liebe es. Ich feiere das so richtig. So, wie lange macht man das Lager aus? Das muss ich mal kurz überlegen. Wir werden ja wahrscheinlich... Ähm... jeweils immer Kisten machen. Äh, zwar am Eingang jetzt nicht direkt, aber... Einmal. Einmal. Eins, zwei... Boah, jetzt bin ich verwirrt. Jetzt bin ich verwirrt, so. Also, in der Mitte ist frei, weil da vorne ist dann auch frei, ne? Dann machen wir... Eins, zwei... Eins, zwei... Eins, zwei... Das passt doch, oder? Machen wir ja auch eins, zwei... Eins, zwei... Äh... Nicht mehr so. Eins, zwei... So. Das ist dann... Das ist dann... Das Lagerhaus. Geht das von der Größe? Das sieht dann aus wie ein Punktkopf. Ich will das ganz so vorstellen. Aber es soll ja nur seinen Zweck dienen. Es soll beschützen. Und zwar unsere Schätze. Wo sind die besser aufgehoben, als in einem Bunker eigentlich? Weil ich will das nicht unter die Erde verlegen. Ich weiß nicht. Mir gefällt das da so an der Oberfläche ein bisschen. Und ich muss dann auch mal schauen, ob wir dann Holz haben. Weil dann muss ich ja nicht alles wegkloppen. Dann können wir nämlich so hier aus der Kiste gleich holen. Ich weiß, meine... Mein Gesummel hier passt gar nicht zu der tollen Musik. Aber egal. Na, was mach ich denn? Holz. Kein Holz. Du mal da rein. Oh, von mir aus auch. Das Lagerhaus ist aber auch wirklich dringend. Moll, los schwimmen! So. Warte mal. Hä? Warte mal. Muss ich noch einen? Warum muss ich noch einen? Ich hätte es dir eigentlich auch gleich machen können, aber egal. Ah, scheiße. Scheißendreck. So, jetzt muss ich mal gucken, wie... Wie machen wir denn den Aufbau da drin? Du Samurai! Ja, 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 ja. Auf die blauen. Auf die Schlümpfe. Ähm... Und wieder Fenster? Irgendwie Gitter oder so? Wenn dann hätte ich Gitter gemacht. Aua. Gerade ist das über meine Kaktus-Plantage ein bisschen in der Rage. Mit der Plantage. In der Rage. Ja. Halt doch einfach's Maul, Max. Es will keiner hören, was du zu sagen hast. Ja, ich... Ja, ich... Oh. So... So unhöfliche Äste, ey. Überall. Oh. Nein. Haben wir überhaupt zu? Oh. Oh. Sterb! Puh. Alter! Das macht mir vor Angst bitte ein Geräuschen. Oh. Ah. Rage Mode. Soll er passen, dann steigen wir ein paar Level auf und dann, wenn wir sterben, sind wir doppelt am Arsch. Zumindest ich, weil ihr mich ja dann hasst. Ah, toll. So, das passt schon so, aber ich hätte ja eigentlich gerne noch ein paar Fenster drin, wenn ich ehrlich bin. Und das gefällt mir auch nicht so, dann kommt dann da. Warte mal. Oh, ich habe Hunger. Ja, ich sollte vielleicht erst mal die Äpfel essen, ne. Weil ich habe ja zwar Brot dabei, aber das ist mir vollkommen egal, weil ich brauche die Vitamine. Ja, die Musik ist das lauter. Wie machen wir denn das? Ja, brauchen wir den, wie, ich weiß nicht, hat das Ganze ein bisschen Gitter gehört? Wenn nicht. Was war denn mal da? Was wäre das dann? Theoretisch sowas hier gewesen. Rein theoretisch, im Theoretischen gesehen. Aber ich weiß nicht. Ja, Musik ist mir auch egal. Nervst mir ein bisschen. Nicht leicht, Leute. Nicht leicht. Oder, warte, lass mal gucken, wie das aussieht, wenn ich erst mal profisorisch Steine holen gehe. Die wir wahrscheinlich gar nicht haben, deswegen muss ich kurz in die Miene. Und dann mal gucken, wenn ich das nämlich ein höher ziehe. Was wahrscheinlich voll kacke aussehen wird. Ja, natürlich haben wir keine Steine. Was denn auch sonst. Wenn wir das nämlich ein höher ziehen, dann kann ich das tatsächlich in die Reihe machen. Na. Wisst ihr was? Ich könnte mich auch theoretisch einfach mal nach unten bullen. Dann kriegen wir nämlich Steine und ich bullen mich ein bisschen nach unten. Das ist zwar ein bisschen Street-Mining, aber das ist mir jetzt auch egal. Oder will ich mich auf dieses Niveau herabbelassen? 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 Nee. Scheiß drauf. Könnt ihr mal sagen, ob ihr da was dagegen habt. Wenn ich da mal runterbuddel. Weil momentan buddel ich ja einfach die Steine weg. Das ist ein bisschen sinnlos. Vielleicht kommt ja hier irgendwann nochmal eine Bunkeranlage rein oder sowas. Zwar weiß, aber bisher habe ich gerade nur kurz standen gehört. Und ich habe eine Fledermaus gehört. Eine wunderschöne Fledermaus. Bestimmt voll hässlich ist. Weil ich habe es ja nur gehört und nicht gesehen, ne? Aber man soll ja keine Vorurteile haben. Vorteile sind böse. Und du vielleicht auch. Ich bin voll müde. Irgendwie bin ich... Ich nehme immer auf, wenn ich entweder müde bin oder hungrig. Oder beides. So wie wir jetzt gerade. Müde und hungrig. Ah, erstmal... Ich habe die ganzen Steine meistens so ein bisschen geräumiger. Fühlen wir uns nämlich alle gleich viel wohler. Ja, wir alle. Ich meine auch euch. Euch ist dann auch viel wohler, wenn ich hier die Steine wegkloppe. Es ist einfach ein Naturgesetz. Und der Tag lacht mir in die Augen. Die Sonne strahlt über dem Wipfel aller Bäume. Den Wipfel ist mir auch egal. Äh, scheiß Philosophie. Äh, scheiß Philosophie. Tö, tö, rö. Tö, 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 rö. Mal schauen, wie ich das aussehe. Scheiß KI. Bleib weg. Bleib weg. Kommt der hier hoch? Nee, ne. Oh mein Gott. Äh. Stürb. Hallo? Ja, mein Abwehrsystem war es voll ausge... Hey. Ich hab euch nichts getan. Ich will keinen Stress. Ich will einfach nur... Ich will nur sein. Und ihr könnt mit mir sein. Oder auch nicht. Jetzt lass mich in Ruhe, du. Oh. Oh. Dürr. Scheiß Stalker, ey. Naja, wenn ich da jetzt Rechtsklick mach, dann werfe ich die ja, ne? Das möchte ich eigentlich nicht so. Ach, scheiß, ich mach die ja. Bäh. 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 Danke. Du hast da nichts getan.